Kommen Sie rein, seien Sie gut. Herzlich willkommen bei unserem Customer-Center. Wir sind ein Kundenzentrum, in dem wir Vorführungen, Schleifversuche und Kundenschulungen anbieten. Zu unserer rechten sieht man die Kundenteile, die sich angesammelt haben für die verschiedensten Schleifversuche. Zu unserer Linken seht ihr unser Flaggschiff S41, mit zwei verschiedenen Baugrössinnen, um universal ausser und immer rund zu schleifen. Als nächstes sehen wir unsere Kombibearbeitungsmaschine S242, die wir schleifen und hart drehen. Dann machen wir Schwenker auf die rechte Seite, zu der Baugrösse S33, auch in zwei verschiedenen Spitzenweiten vorhanden, 650 und 1000 Millimeter. Sie sind ausgestattet mit zwei Aussenschleifscheiben und eine Innerschleifscheibe. Hier in der rechten Ecke, die Innerschleifplattformen. S141 und ZT960. Als nächstes S31, die Links-Links-Ausführung. Und dann die Schleifmaschine S21. S21. Und dann die Favorit-CNC. Eine Einsteigermaschine. Um die CNC-Rundschleifen. Anschliessend die S22. Produktions-Aussenschleifmaschine. S31 in der Spitzenweite 1000 Millimeter. Aussen und innen rundschleifen. Wir bieten die verschiedensten Kurse an, bei unserem Customer Center, zum leeren Schleifen. Wir fangen in den Grundkurs an. Es geht über verschiedene Bedienerkurse, Softwareanwendungen, spezielle Softwarekurse, über den Instandhaltungskurse, die wir hier anbieten. Und so gehen rund 500 Teilnehmer hier durch jedes Jahr. Ich bedanke mich für den Besuch. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.